So, vorab eigentlich hoch geimpft. Es gab ja jetzt bei mir einen Zugefall in der Familie. Mein Vater ist gekommen. Und ja, für mich ist das Video jetzt ein bisschen wehker. Liebe Leute. Wie wisst ihr bis heute? Für mich ist das Video ein bisschen wehker, aber ich hoffe, es kommt weiter hin. Und ja, liebe Leute, nehmen wir euch mal an. Wir gucken mal in den Kopf rein. Auf euch ein neues Tipp. Aber auf der Webseite kann man natürlich nicht gucken. Bei einem Handy, Akku ist leider leer. Geil, oder? So, wir haben dieses Paket hier über 1.800. Wie was? Ja. Gang, was haben wir noch? Haben wir noch was Neues? Geht nicht so auch, oder? Okay, am Wochenende wollte ich natürlich auch wieder live gehen. Wie immer. Das ist gayer. Am Wochenende gehe ich wieder live und gehe fest. Und ja. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Ich wollte Wochenende auch live gehen. Weil es pinken ist. Es ging ganz einfach nur zu heulen wie ein Baby. Das pinken ist. Und das heißt, ich brauche Ablenkung. Und ich verstehe Wochenende auch wieder live. So. So, liebe Freunde. Wenn wollte ich sagen. Ich habe jetzt nichts weiter besorgen das. Auch was hier passiert. Das sieht mega geil aus. Aber ich glaube, das war von meiner. Aber das sieht mega geil aus. Ja, das war von meiner. Das nimmt mich gerade ein. Ich bin ein bisschen mit lange heute. Vergesst nicht, um Ehrtug einzugehen, wenn ich auf den Kopf schaue. Und das war es mit dem Shop. Nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.